Guten Tag, wir befinden uns hier auf dem Schulhof der, wie heißt die Schule hier? Hundertwasser Schule! Die Hundertwasser Schule, genau. Und wir haben ein Lied gemacht, das man auch Nein sagen darf. Und am Sonntag, also am 20.11. ist der Internationaler Tag der Kinderrechte. Und wenn ein Kind ein Nein gefühlt hat, dann darf es auch Nein sagen. Wir haben das zusammen gesungen. Könnt ihr das noch singen? Das Lied? Zwei, drei, vier... Nein! Nein! Und am Sonntag könnt ihr das bei YouTube sehen, das Video, was wir hier auf dem Schulhof gemacht haben. Tag der Kinderrechte, 20.11. Bis dann und tschüss! Tschüss!